Vielen Dank. Vielen Dank. Zehn spannende Fights. Ausgerichtet von Loxia Box Promotion, Herr Granit Schala. Herr Granit Schala hat eine Pizzeria hier in diesem Einkaufszentrum mit seinem Bruder auch noch eine im Limbecker Platz. Der ist also, was Essen und Trinken angeht, sehr bekannt, aber auch in Boxkreisen. Er gehört zu den jüngsten Boxpromotern in Europa. Als ich kürzlich mal für Boxen heute geschrieben habe, er ist der Jüngste, hat es eine ganze Menge Resonanz gegeben. Aber ich muss sagen, Neider gibt es immer. Die sollen alle erstmal eine Veranstaltung aufziehen und dann können sie sich mit diesem Ruhm schmücken. Der Jüngste, Granit Schala, der als Kind von Don King geträumt hat und den wir spaßeshalber hier Don Granit nennen. Aber allein der Name Granit, der steht ja schon für ein Programm. Der wird Ihnen später auch noch ein paar Takte sagen und Sie ebenfalls begrüßen. Ich darf erst einmal den Tisch hier vorstellen. Nicht nur den Tisch, sondern alle, die da ansitzen. Neben mir sehen Sie Bihes Barakat, IBF-Junioren-Weltmeister vergangener Tage. Der wird zum Programm gehören. Einer der Hauptkämpfer in der Eissporthalle am Westbahnhof. Und dann, eigentlich hätte ich ja mit ihr anfangen müssen, aber das ist so schwierig in der Reihenfolge. Das ist Elina Thissen. Sie besitzt fünf Weltmeistergürtel in verschiedenen Gewichtsklassen und Verbänden. Elling the Machine, auch das steht für ein Programm. Und sie wird später auch noch ein bisschen über ihre Karriere als Boxerin uns übermitteln. Dass sie natürlich in der Eissporthalle den absoluten Hauptkampf bestreitet und es geht um die Weltmeisterschaft, dürfte allen Boxfans klar sein. Danach kommt der schon besprochene Don Granit-Challa, Loxa-Box-Promotion. Als Nächsten sehe ich den Trainer und Manager von Elina Thissen, Mikey Hund. Und dann folgt der GBC-Vizepräsident Ibrahim Barakat und der andere Außenpart als Gegengewicht zu mir, Jama Zahidi, The Hammer, der um die Weltmeisterschaftsbox in der Eissporthalle am 1.6. Wir freuen uns auf Sie alle und wir versprechen zehn Kämpfe und ein spannendes Programm. Und jetzt möchte ich erst einmal weitergeben an unseren Box-Promoter Don Granit-Challa. Hallo an alle. Ich möchte zuerst allen bedanken, dass ihr hier seid. An den Sportler bedanken. Ich möchte an den Physikristen bedanken. An unseren Manager. An unseren von Box heute Journalist Uwe. An zahlreiche Zuschauer. Lauter. 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 Lauter? Okay. Ja, am 1.6. ist meine nächste Boxveranstaltung. Da werden viele Kämpfe sein, wie Hubert nennt er zehn Kämpfe. Unter den zwei WM-Kämpfern, Jama Zahidi Wettbewerb-Junior-Weltmeisterschaft kämpfen und Elena hat ihr Titel verteidigt in der GBC-Version. Bias Barakat ist ein gefährlicher Typ. Der ist nett, auch. Er ist ein Junior-Weltmeister. Der wird an den Abend keinen Titelkampf machen, aber wird auch ein paar Runden kämpfen und zeigen, was er noch hat. Ja, dann bist du am Ende. Bist du am Ende, dann darf ich wieder übernehmen. Ich habe vergessen und gehört sich eigentlich, dass man sich als letztes nennt. Ich bin Hubert Wintrus, hier in Essen bekannt als Pressemensch vom Essener Sportbund. Ich bin aber beruflich mit dem Boxen ganz stark vorwurschtelt. Ich bin Redakteur bei Boxen heute, dem neuen Boxmagazin. Als nächstes möchte ich mal ein paar Worte hören von Maiki Hund, dem Trainer und Manager von Erin The Machine. Maiki, du hast das Wort. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Vielen Dank an zahlreichen Zuschauer, die heute zur ersten offiziellen Pressekonferenz erschienen sind. Wir sind hoch erfreut, hier sein zu dürfen. Und großen Dank an unseren jetzt übergangsweise, sage ich mal, Neupromoter, Kranich Jada, der uns hier die Möglichkeit gibt, uns hier zu präsentieren, beziehungsweise uns die Möglichkeit geben, Irina in einem Hauptkampf zu präsentieren. Nach dem, die Presse wird es wissen, nach den Querelen der letzten Wochen und Monate, als es dann nicht zu dem Kampf in Dortmund gekommen ist, waren wir auf der Suche nach einem ordentlichen Veranstalter, der uns eine gute Plattform bietet, um einen guten WM-Kampf darzustellen. Den haben wir hier mit Granit auf jeden Fall gefunden. Wir gehen davon aus, dass die Qualität dieser Pressekonferenz ebenso gut sein wird, wie die Veranstaltung, die wir am 1.6. abspulen wollen. Wir sind auf der anderen Seite hoch erfreut, dass da einige andere Hochgeräte noch boxen werden oder kämpfen werden, so wie Bayes Wadak hat, der natürlich oben in der Weltspitze mit dabei ist. Sehr, sehr hoch erfreut, dass ja Irina zur Seite steht auch wieder und ebenfalls einen Kampf machen wird. Auf der anderen Seite Jama Saedi, von dem ich aus dem Kickboxen schon viel gehört habe. Ich hoffe, dass er dort auch erfolgreich sein wird und dass wir rundum eine Bombenveranstaltung hinlegen werden, alle erfolgreich unsere Siege einfahren und im Anschluss das Essener Publikum damit zufriedengestellt haben und dem Granit auf der anderen Seite damit eine neue Plattform bieten, um das nächste Mal wieder eine Veranstaltung zu machen. Dankeschön. Das war ganz interessant, aber da ist so ein Thema angerissen. Da möchte ich noch mal ganz kurz für die Leute, die es halt nicht wissen, einzuordnen. Was da passiert ist, also da ist ein Weltmeisterschaftskampf eigentlich fertig abgeschlossen. Es fehlt nur noch die Unterschrift eines der Vertragspartner. Also diese Boxerin würde auch gerne antreten, wie man hört, aber da gibt es irgendwelche vertraglichen Probleme. Da liest man den Vertrag mit unterschiedlichen Augen sozusagen und dadurch hat Irina Thyssen diesen Weltmeisterschaftskampf, der vorgesehen war, verschoben, hat einen dazwischen geschoben und der findet statt hier in Essen, in der Eissporthalle am 1.6. Und ich bin ganz sicher, Irina hat bereits fünf Bürgern innen. Sie ist in den Verbänden Weltmeisterin WIBF, GBU und GWC. Sie verteilt ihre Titel über drei Gewichtsklassen im Superbandangewicht, im Federgewicht und im Superfedergewicht. Und ich habe vorhin bei der Vorstellung dieser Sache gesagt, Hauptsache super. Irina, erzähl uns doch mal ein paar Takte über das, was du in der nächsten Zeit vorhast. Denn diesem Titelkampf wird wohl der vorgesehene gegen Goda in einigen Monaten folgen, falls die Leute mal irgendwann ihre Unterschriften und das Papier kriegen. Ich freue mich wirklich erst mal zu sagen, dass ich mich freue auf den Kampf, überhaupt am 1. Juni hier boxen zu dürfen und zu können. Und dank an Granitxala, dass er mir die Möglichkeit gibt, dann wirklich auch schon den Hauptkampf zu machen. Und was die Gegnerin angeht, oder die Goda-Galli-Dalilay geht, es sind halt einige Sachen schiefgegangen, wo wir dann sagen mussten, so kann es nicht gehen. Und vertraglich, da wurden einige Sachen festgelegt, die dann doch nicht eingehalten wurden am Ende. und somit haben wir dann, ja, oder die Granitxala hat uns dann die Möglichkeit gegeben, am 1. Juni sofort dann den Kampf zu machen. Ich denke mal, nähere oder genaue Informationen kann das Maike dann am besten erklären, was die vertraglichen Geschichten angeht. Und für mich ist wichtig, jetzt in der Vorbereitung mein Bestes zu geben und am 1. Juni dann natürlich einen super Kampf zu machen und dem Publikum wirklich eine gute Show zu bieten und meine Leistung zu zeigen. Ja, dankeschön fürs Erste. Haben wir denn, Maike, die Frage gilt eigentlich nicht dir, haben wir denn schon eine Gegnerin parat? Also, die Zeit war jetzt ein bisschen kurz, um jetzt schon eine festmachen zu können. Wir sind mit drei internationalen Boxstellen gerade in Verhandlung. Das heißt, wir konnten insofern schon mal drei Kämpferinnen fixieren, die interessiert sind, diesen Kampf zu machen gegen die Lina. Ja, unterschrieben sind die Verträge allerdings noch nicht, da muss ich ganz ehrlich sein. Aber ich denke, dass in der kommenden Woche das abgeschlossen wird und wir dann in Hochkaräte auch aus der obersten Langliste nach Essen holen werden, die dann gegen die Lina antritt. Namen können jetzt leider heute noch nicht genannt werden, wie gesagt, weil es noch nicht spruchhaft ist. Aber ich denke, dass die Presse in der nächsten Woche definitiv eine Gegnerin präsentieren darf. Ja, es ist ja dann auch schon wieder eine neue Schlagzeile wert, wenn die Gegnerin feststeht. Sollen wir mal zusehen, dass wir auch direkt Fotos dabei haben, damit wir entsprechend berichten können, vor allen Dingen hier im Groß-Essener-Raum. Denn die sind alle schon ganz gespannt, wer die Gegnerin wird, die sich traut, irgendeine so erfolgreiche Boxerin wie Elina anzutreten. Elina, sag du doch noch mal ein bisschen über deinen Kampfrekord. Weißt du nicht? Also du wirst doch nur Siege, oder? Nein, also 17 Kämpfe und zwei Niederlage leider, das war am Anfang meine Karriere, aber als Weltmeisterin ungeschlagen und sechs Klaus. Toll, jetzt habe ich Angst. Hast du vorher als Amateur schon benutzt? Nein, ja. Also ich hatte generell vom, bevor ich angefangen habe, nichts mit Kampfsportstunden gehabt, also kein Kickboxen, kein Amateur, kein Karate, nichts in der Art. Ich habe eigentlich nur getanzt. Und so mit hat es angefangen, weil halt fürs Boxen braucht man die Beweglichkeit. Und da kam dann von meinen Kindern der Spruch, sie wäre eine gute Boxerin geworden, weil man halt fürs Boxen so diese Beweglichkeit und die Koordination braucht. Und somit hat es dann angefangen. Ich bin einmal zum Training gegangen, das hat Spaß gemacht. Ich habe gesehen, dass es funktioniert und somit bin ich dabei geblieben und ja, nach sieben Jahren bin ich fünffach Weltmeisterin. Tanzend zur Boxweltmeisterschaft, Elina Thyssen. Jetzt hast du uns alle ganz gespannt gemacht. Alle, die hier sind, sind garantiert auch in der Einsportlater dabei. Wollen nicht, was wollen wir denn sehen? Wollen wir die Tanzen sehen? Wir wollen die Tanzen und Boxen sehen. Und Siegen sehen vor allen Dingen. Ja, dann möchte ich mal den Ibrahim Barakat, er ist der Vizepräsident der GWC, ins Gespräch bringen. Bitte erzähl so ein bisschen über deine Position und naja, wie es weitergeht mit eurem Verband und was ihr so alles hier in Deutschland treibt. Da ist schon einer aus dem Publikum, gegen wen möchte ich boxen? Gegen mich? Achso, gegen ihn. Achso, ja gut, ich kann schon besuchen, gehe ich dann. Ibrahim, jetzt bist du da. Ja, ich bin der Vizepräsident der GWC. Und ja, unser Verband, also es sind insgesamt zehn große Weltverbände und unter die zehn sind wir auch, die weltweit anerkannt sind. Ja, wo wir hinwollen, wir wollen auch natürlich mit unseren Boxern, mit unseren Ticketboxen, halt groß starten, auf jeden Fall. Und Elina ist ganz gut dabei, ist die einzige Frau bis jetzt, die in drei Gewichtklassen Weltmeisterin ist. Und da freuen wir uns auf jeden Fall.